Wir haben hier eine Funktion gegeben in den Variablen x und y, also hier handelt es sich um eine mehrdimensionale Funktion. Und wir sollen schauen, wie sich diese Funktion hier von den Funktionswerten verändert, wenn sich das x um 0,5% erhöht und wenn sich das y um 1% erhöht. Und das Ganze sollen wir mithilfe des totalen Differenzials machen. Ich habe schon ein Video zum totalen Differenzial gemacht. Da ging es aber mehr darum, wenn das x vorher 3 betrug und die Änderung dann auf 3,5 sein soll. Also es war schon bei den Grenzen gegeben. Hier handelt es sich jetzt um eine prozentuale Änderung und da muss man ein bisschen anders vorgehen. Aber das totale Differenzial muss man trotzdem berechnen. Also starten wir jetzt erstmal ganz normal mit dem totalen Differenzial. Dazu leiten wir diese Funktion, machen wir erstmal die partielle Ableitung, die f nach dx und multiplizieren die dann mit dx. Ich hoffe, ihr wisst, wie man beim totalen Differenzial zumindest ein bisschen vorgeht. Ansonsten macht man das so. Also wir bilden jetzt die partielle Ableitung nach der Variablen x. Das ist ja das, was hier steht. Das heißt, diese Funktion leiten wir jetzt nur nach x ab. Das heißt, unser y betrachten wir als wäre es einfach nur eine Zahl. Wenn dem so ist, dann ist ja 100 und Wurzel aus y einfach nur irgendeine Zahl und die bleibt bei mal ja eben stehen. Also bleibt das. Und nur das x² interessiert uns. Das wird jetzt abgeleitet. x² abgeleitet ergibt ja 2x. Gut, das können wir so stehen lassen. Und jetzt machen wir noch die partielle Ableitung nach y und multiplizieren das noch mit dy. Das habe ich hier oben gerade vergessen. Super. Das Ganze soll noch mit dx einfach multipliziert werden. Das muss man dann einfach so reinschreiben. Und jetzt noch die partielle Ableitung nach y. Das heißt, wir betrachten alles, was kein y enthält, also dieses 100x², wie eine Zahl. Was passiert bei Faktoren? Die bleiben einfach erhalten beim Ableiten. Also 100x² bleibt als Faktor. Und dieses Wurzel y wird jetzt ganz normal abgeleitet nach y, wie ihr das kennt. Wenn ihr Wurzel y ableitet, wisst ihr hoffentlich mittlerweile, dass die Ableitung von einer Wurzelfunktion 1 durch 2 mal Wurzel y dann ist. Ansonsten einfach mal kurz Pause drücken und das nachrechnen. Und dann nicht vergessen, was ich jetzt eben wieder vergessen habe, noch mit dy multiplizieren. Okay, jetzt kurzer Zwischenstand. Was hatten wir hier oben eigentlich gegeben? Es war gegeben, x erhöht sich um 0,5%. Das heißt, diese Prozente kann man folgendermaßen ausdrücken. Die Änderung von x durch x, beziehungsweise das Verhältnis von dem, wie sich x ändert, zu dem, was x vorher war, ist genau diese 0,5%. 5%, also 0,5% muss man dann noch durch 100 teilen, um dann das hier zu kriegen, was hier hinkommt. Diese 0,005 ist das dann. Wenn ihr 0,5 durch 100 teilt, kommt ihr hier drauf. Und diese andere prozentuale Änderung von y, die könnt ihr genauso ausdrücken. Also die Änderung von y durch y, dieses Verhältnis, soll eben 1% sein. Also das müsst ihr auch noch durch 100 teilen. Das sind dann 0,01. Und was wollen wir am Schluss? Wir wollen nicht z oder dz haben, sondern auch da brauchen wir das Verhältnis. Also dz durch z. Auch da brauchen wir das Verhältnis, wie sich z prozentual verändert. Aber berechnen wir, bevor wir dieses Verhältnis bilden, erstmal, was dz überhaupt wäre. Also das totale Differenzial. Das setzt sich ja zusammen aus dem da plus dem da. Also einfach die beiden addieren. Und ja, wir lassen die Sachen einfach mal so da stehen. Dieses 100 mal Wurzel y mal 2. Das könnte man natürlich noch vereinfachen, aber man kann es auch so stehen lassen. Also die beiden addieren plus das Ganze mit dem y. Gut, jetzt sind wir schon einen guten Schritt näher zu dem, was wir brauchen. Denn, wie gesagt, wir brauchen das Verhältnis von dz durch z. Das heißt, wir teilen das Ganze jetzt tatsächlich durch z. Auch die rechte Seite. Wenn wir das durch z teilen, teilen wir natürlich durch das, was z eben ist. Also durch 100x² mal Wurzel aus y. Das wird jetzt ziemlich viel zum Schreiben. Deswegen schreibe ich das gar nicht ab, sondern mache einfach auf beiden Seiten. Also das wäre jetzt eine neue Zeile. Hier mache ich durch z. und das wird jeweils durch dieses 100x² mal Wurzel y geteilt. Okay, jetzt kann man schon mal ein bisschen kürzen tatsächlich. Hier die 100 mit der 100, Wurzel y mit Wurzel y. Das eine x mit einem x hiervon. Und hier hinten auch x² mit der x². Die 100 mit der 100. Und dann lasst uns dieses dz durch z mal ausrechnen, was das dann überhaupt noch ist. Hier bleibt nur die 2 übrig und dx durch x. Und da hinten bleibt dy, oder wenn man sich erstmal die Zahlen anguckt, 1 halb mal dy durch Wurzel y mal Wurzel y. Also dy durch Wurzel y mal Wurzel y und Wurzel y mal Wurzel y ist ja dann nur noch y. Also das schreibe ich dann jetzt auch direkt nur noch y. Und das ist ja jetzt schon echt gut, weil das da ist das, was wir hier oben hatten. Und das da ebenso, das können wir jetzt einfach ersetzen. dx durch dx, dx durch x wird durch 0,005 ersetzt. Also 2 mal 0,005. Und das dy durch y wird durch 0,01 ersetzt. Und wenn ihr das jetzt ausrechnet, kommt man auf 0,015. Und das wiederum in Prozent sind halt eben mal 100 nochmal, also 1,5%. Eure Variable z ändert sich also um 1,5%, wenn sich x um 0,5% erhöht und wenn sich y um 1% erhöht. Ich hoffe, es ist klar geworden, wie man hier vorgeht. Zusammengefasst, ihr bildet erstmal das normale, totale Differential. Das ist alles, was hier oben drüber stammt. Wenn ihr das habt, teilt ihr beide Seiten durch z. Das sind die Teile hier. Dann kürzt ihr und ersetzt diese dx durch x und dy durch y eben durch diese prozentualen Änderungen, die gegeben waren.